Man reibt sich die Augen, wenn man durch das sogenannte Schwarzbuch der Steuergeldverschwendung blättert. Jedes Jahr veröffentlicht der Bund der Steuerzahler eine Auflistung kurioser oder aber auch unsinniger Ausgaben des Bundes, der Länder oder Kommunen. Zum Beispiel explodierende Kosten bei Rüstungsprojekten, verzögerte Baumaßnahmen des Bundes oder neue Straßenschilder. Fahren ohne Tempolimit. Auf der B6 in Sachsen-Anhalt ist das schon länger möglich. Jetzt ist die Bundesstraße offiziell Autobahn und kriegt 750 neue Schilder, statt gelb nun blau, für drei Millionen Euro. Obwohl sich für Autofahrer nichts ändert. Wir mahnen hier einfach mal gesunden Menschenverstand an und auch Entscheidungen treffen, die am Ende dem Steuerzahler Geld sparen. Ich glaube, da wäre der Steuerzahler viel froher drüber, als nun blaue Autobahnschilder sehen zu müssen. Ein typischer Fall aus dem aktuellen Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler. Das sich diesmal aber auch mit dem Thema steigende Wohnkosten beschäftigt. Analog zur Mietbremse fordern die Steuerwächter darin eine Wohnkostenbremse. Die Abschaffung der Grunderwerbssteuer bei erstmaligem Immobilienkauf etwa schlagen vor, die Grundsteuer künftig nur nach Fläche zu berechnen. Und die Stromsteuer als laufende Belastung für Mieter und Eigentümer deutlich abzusenken. Wir haben in den letzten Jahren genau analysiert, dass eben der Staat selber ein Wohnkostentreiber ist. Er hat die Steuern auf Wohnen und mit dem Wohnen sehr verteuert. Deswegen ist der Staat hier selbst nicht aus der Verantwortung zu nehmen. Er kann vieles tun, damit das Wohnen günstiger wird und nicht zur sozialen Frage verkommt. Bei seinen eigenen Unterkünften ist der Staat währenddessen großzügig. So kostet Schloss Meseberg, das Gästehaus der Bundesregierung, 5 Millionen Euro Unterhalt pro Jahr. Obwohl es laut Steuerzahlerbund im Schnitt nur an 8 Tagen genutzt wird. Im Schnitt nur an 8 Tagen genutzt wird.